Seine starke Idee bewegt Menschen. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Im Jubiläumsjahr feiert Deutschland einen großen Reformer. Raiffeisens Zeit ist die der industriellen Revolution. Eine Zeit des Umbruchs und der sozialen Missstände. Im Westerwald sieht er die Not der Landbevölkerung, errichtet ein Gemeindebackhaus und macht die Genossenschaftsidee zu seinem Lebenswerk. Sein Prinzip? Hilfe zur Selbsthilfe. Sein Motto? Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Viele, das sind heute eine Milliarde Menschen weltweit. Sie alle vereint durch die Werte Raiffeisens. Verantwortungsbewusstsein, Nachhaltigkeit, Regionalität. Werte, die heute 200 Jahre später das Leben vieler Menschen jeden Tag ein Stück besser machen. Feiern Sie mit. 200 Jahre Raiffeisen und seine starke Idee.